Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja hier vor uns sehen wir einen Stern. Dieser Stern befindet sich momentan circa 62 Lichtjahre von uns entfernt. Sein Name Gliese 710 oder GJ 710. Und ja dieser Stern hat circa 60 Prozent der Sonnenmasse. Das heißt er ist ein bisschen kleiner als unsere Sonne. Dementsprechend auch was jetzt seine Eigenschaften angeht ein bisschen anders. Also Oberflächentemperatur nicht ganz so hoch wie bei der Sonne, weniger Strahlungsleistung und in der Entfernung von 62 Lichtjahren nicht wirklich jetzt momentan ein Problem. Aber dieser Stern wird irgendwann mal ziemlich nah an uns dran sein. Und genau das ist das Thema dieses Videos. Nämlich Sterne die uns sehr nahe kommen. Das passiert circa alle 10 Millionen Jahre mal. Das heißt also und in 1,3 Millionen Jahren, das ist nämlich die Zeit die der Stern Gliese 710 braucht, bis er denn dann am nächsten Punkt zu unserem Sonnensystem angekommen ist. Und ja dieser Zeit eben dann wird am Himmel zu sehen sein, dass dort ein Stern existiert, der sehr hell ist. Ja das ist dann eben Gliese 710. Nun wie gesagt der Stern hat circa 60 Prozent der Sonnenmasse. Gucken wir uns jetzt dann auch mal an. Hier mal die Größenverhältnisse, die wir momentan auch beachten müssen. Das heißt also hier haben wir in der Mitte diesen kleinen Punkt. Das ist Gliese 710 mit einer Entfernung von 62 Lichtjahren momentan. Und als Referenz haben wir hier Proxima Centauri. Proxima Centauri ist natürlich näher dran, momentan zumindest. Nämlich 4,2 Lichtjahren Entfernung. Ja der nächste Stern momentan. Allerdings in 1,3 Millionen Jahren, wenn Gliese 710 nah an uns dran ist, wie Proxima Centauri vermutlich 25 Lichtjahre von uns entfernt sein. Und das zeigt uns auch die Dynamik, die da herrscht. Das heißt, das ist jetzt keine Statik, die da stattfindet. Alle meinen ja, oder viele meinen, dass die Sterne um unser galaktisches Zentrum, alle in Reihe und Glied und ohne irgendwelche Eigenbewegungen ganz brav da außen rumsausen. Ja aber das ist nicht so. Sondern es gibt innerhalb der einzelnen Bereiche, der ja z.B. Galaxienarme und auch teilweise in den Sternhaufen Eigenbewegungen, die durch die Gravitation der einzelnen Objekte dann dementsprechend auch eine bisschen Dynamik erreichen. Ja und das heißt also, diese Bewegungen innerhalb von kleinen Clustern von Sternen, das ist etwas, was tatsächlich sehr häufig passiert. Und das ist tatsächlich unabhängig vom eigentlichen galaktischen Zentrum oder der Gravitation der Galaxie. Nun, Gliese 710 erstmal hier außen und dann eben Proxima Centauri in einer Entfernung von 4,2 Lichtjahren zu uns. Ja und jetzt kommen wir eben zur Begegnung. Ja und wer sich jetzt wundert, was das hier ist, ja das hier ist die sogenannte Ortsche Wolke. Das ist tatsächlich ein Bereich um unser Sonnensystem herum. Das ist hypothetisch. Also es gibt jetzt noch nicht den Beweis, wo man sagt, ja also wir wissen jetzt ganz genau, wie viele Objekte es da draußen z.B. gibt, weil das sind nämlich Billionen. Das deutsche Billionen. Billionen Objekte von der Größe eines Zwergplaneten runtergebrochen bis auf den Fußball. Also das ist alles das, was um unsere Sonne herumfliegt. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher reinzoomen, dann sehen wir Gliese 710 plötzlich näher an uns dran. Das heißt also, das ist die minimale Entfernung. Drei Lichtwochen wird dieser Stern dann von uns entfernt sein. Viele bringen auch immer durcheinander, dass Entfernung und Zeit z.B. bei Lichtjahren das gleiche ist. Das heißt also, wenn ich davon spreche, etwas ist vier Lichtjahre entfernt. Dann ist das die Zeit, die das Licht braucht, um dort anzukommen. Und ein Lichtjahr hat eben eine bestimmte Entfernung, weil das Licht eben für diese Reise eine gewisse Zeit braucht. Deswegen sind Lichtjahre, Lichtstunden, Lichtminuten und in dem Fall drei Lichtwochen. Die Definition dessen, was man da eben dann auch definiert. Nun, wenn das Ganze dann in 1,3 Millionen Jahren dann so sein wird, dann wird dieser Stern definitiv durch die sogenannte Ortsche Wolke fliegen. Und da wird es dann interessant. Weil die Ablenkung der Objekte innerhalb der Ortschen Wolke durch diesen Stern tatsächlich für unser Sonnensystem interessant werden könnte. Das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, dass uns Sterne sehr nahe kommen. Und jedes Mal, wenn die diese Wolke durchkreuzen, dann gibt es wahrscheinlich auch Ablenkungsszenarien. Das heißt also, wenn Gliese 710 dann in dieser Entfernung ist, dann wird er wohl auch Objekte aus dieser Ortschen Wolke z.B. an seine eigene Gravitation binden. Wir können das Ganze mal hier ein bisschen simulieren. Wir machen jetzt mal um unseren – nein, ich will keinen Stern platzieren, um Gottes Willen, bitte nicht. Obwohl, das wäre ja eigentlich auch ein Markenzeichen von mir. Dass ich jetzt wieder irgendwas mache, was explodiert. Aber jetzt momentan habe ich es zumindest noch nicht vor. Wir haben ja verschiedene Ringe in Universe Sandbox. Die können wir jetzt z.B. mal hinzufügen. Z.B. einen realistischen Ring. Jetzt müssen wir nur dann dementsprechend auch den Durchmesser definieren des Ringes. Wir können jetzt z.B. mal sagen, okay, lassen wir hier 0,5 astronomische Einheiten für den Innenradius und den äußeren Radius. Da machen wir auch 1 AU. Das wäre dann die Entfernung von Erde-Sonne. Und dann können wir mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin ja immer so ein Profi, wenn es um sowas geht. Und ja, wir haben hier jetzt hier diesen Ring um Gliese 710 platziert. Soll uns eigentlich nur zeigen die Einflusssphäre des Sterns beim Durchkreuzen der Ortschen Wolke. Das heißt also, wenn dieser Stern Gliese 710 hier sich in diesem System befindet, also in der Ortschen Wolke, dann bindet er auch Materie aus der Ortschen Wolke. Und jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Thema, was wir im Übrigen jetzt noch gar nicht wissen. Das ist auch interessant. Könnte es denn sein, dass dieser Stern hier z.B. Planeten hat? Das heißt also, so kann es sein, dass sich z.B. um Gliese 710, z.B. ein Gasplanet befindet mit der Masse des Jupiters. Gliese 710b z.B. Könnte das sein. Also wenn dann dieses System hier quer durch unser Sonnensystem, in Anführungsstrichen, denn die Ortsche Wolke ist ja relativ weit draußen, hier durchpflügt, kann es dann sein, dass Objekte abgelenkt werden und dann Richtung innere Sonnensystem, also oder besser gesagt generell Richtung Sonnensystem geschleudert werden? Ja, das kann tatsächlich sein. Das heißt also, wir haben hier wahrscheinlich auch ein dynamisches System und einzelne dieser Brocken z.B. hier, wenn wir die mal, was haben wir denn hier für eine Geschwindigkeit, 20,4, machen wir mal 45 km pro Sekunde, dann würde nämlich dieses Ringpartikel, welches sich eben auch aus der Ortschen Wolke dann ergibt, dann plötzlich hinausgeschleudert aus diesem System, welches jetzt momentan von diesem Stern aggregiert wird, aus der Ortschen Wolke. Und je nachdem, in welche Richtung dieses Ringpartikel hier fliegt, kann das natürlich auch dazu führen, dass wir hier eine Kollision haben, z.B. mit dem inneren Sonnensystem. Also das heißt also, es ist durchaus denkbar, sonst habe ich es glaube ich wieder geschafft. Wo ist denn jetzt mein Ringpartikel? Hier, oder? Ne, das ist ein Ringpartikel von meiner Sonnens, muss ich es nochmal machen. I'm so sorry, ja, aber das ist wieder typisch. Naja, was sei es. Mal nochmal hier, Geschwindigkeit, 45 km pro Sekunde, dann erreichen wir wahrscheinlich definitiv die Fluchtgeschwindigkeit. Und das könnte jetzt auch zumindest teilweise in Richtung unseres Sonnensystems fliegen. Und das ist durchaus denkbar. Also es kann sein, dass wir aufgrund eben dieser Beschleunigung der Partikel und der Aggression von Partikeln von Gliese 710 tatsächlich etwas sehen würden, was in unsere Richtung fliegt. Allerdings erst in 1,3 Millionen Jahren. Das muss man natürlich auch sagen. Und unser Sonnensystem selber, das heißt also die Sonne wäre, oder auch die Planeten in unserem Sonnensystem, wären von diesem Effekt nicht betroffen. Nur indirekt. Denn es könnte tatsächlich sein, und da muss man schon ehrlich sein, das kann schon passieren, dass eines dieser gewaltigen Brocken, die dann auch vielleicht aus der Ortschenwolke abgelenkt werden, dann unsere Erde treffen könnte. Das ist ja dann Teil auch der Videos teilweise. Wo man dann zum Beispiel, nehmen wir mal Halley, das ist ja auch ein Objekt, welches aus der Ortschenwolke stammt. Man muss mal gucken, in welche Richtung fliegt denn hier meine Erde? Ich weiß es nicht. Bewegungslos braucht man nicht. Wir feuern ab. Jetzt müssen wir es sehr langsam machen, weil ich glaube, die Geschwindigkeit der Simulation, der Zeitablauf ist viel zu hoch und viel zu schnell. Das heißt also, wir haben dann Objekte, die in unser Sonnensystem eindringen. Und diese Objekte können dann so abgelenkt werden, dass sie tatsächlich zum Beispiel einen Einschlag auf der Erde verursachen. Diese Zyklen im Übrigen, also diese zyklischen Abläufe, zum Beispiel auch von der Häufung von Kollisionen auf Planeten in unserem Sonnensystem, das könnte tatsächlich unter anderem damit zusammenhängen, dass es eben genau solche Sterne gibt, die uns immer sehr nahe. Was ist zum Kuckuck ist jetzt los? Ach so, weil es ein Komet, oh wow, guck mal, es gibt jetzt tatsächlich einen Kometenschweif in Universe Sandbox. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Guck. So, also dann schlägt hier Helle ein, ne? Und dann rumpst es mal richtig. Und genau so, sowas kann passieren, ne? Es ist natürlich grundsätzlich die Frage, okay, wie wahrscheinlich ist das, ne? Also man muss natürlich eins immer beachten, wir haben aufgrund eben auch der großen Räume im Universum, das ist natürlich auch, also das ist natürlich in unserem Sonnensystem genauso, ist die Chance, dass uns etwas trifft, tatsächlich sehr, sehr gering, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel Gliese 710 hier draußen nehmen in 1,3 Millionen Jahren, dann ist die Chance, dass uns irgendwas trifft, trotzdem sehr gering. Aber es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, denn so ein Stern, der kann schon einiges durcheinander bringen, ne? Wir machen jetzt ganz kurz nochmal ein Diagramm. Ich glaube, jetzt haben wir hier zweimal Gliese, den machen wir mal einmal weg, den brauchen wir nur einmal. Das heißt, dass hier haben wir unsere Sonne, ja, also Größenvergleich jetzt von den Objekten, hier haben wir Gliese 710, das heißt, ja, das ist schon, das ist zwar nicht so groß wie unsere Sonne, aber das ist schon, ist schon ordentlich, ne? Und dann haben wir hier Proxima Centauri eben als Vergleich, auch bezüglich der Entfernung, hier ein sehr kleiner roter Zwerg, dann haben wir zweimal Jupiter, ich glaube, den brauchen wir auch noch einmal, ne? Den brauchen wir nicht so oft und dann eben unsere Planeten in unserem Sonnensystem und hier dann unsere Erde, ne? Und da ist also hier Erde und dann dementsprechend den Größenvergleich mit den einzelnen Sternen, die wir jetzt hier vergleichen. Unsere Sonne ist kein sehr großer Stern, das muss man auch ganz klar sagen, also der ist, ich würde jetzt nicht sagen, optimal, aber es ist kein großer Stern. Zum Abschluss ganz kurz für alle, die jetzt zum Beispiel auch mal wissen wollen, was sind denn sehr große Sterne, ja? Wir können zum Beispiel UY-Scuti mal reinpacken, das ist tatsächlich ein richtiger Brocken, den müssen wir allerdings hier ganz kurz mal irgendwo hinsetzen, so. Und jetzt, ja, werden Größenverhältnisse klar, das heißt, also UY-Scuti ist zum Beispiel so ein Stern, der ist so am Ende seines Lebens, das heißt, es ist eigentlich nur eine wabernde, riesengroße Gaswolke und irgendwann wird er kollabieren und dann gibt es die Supernova. Das bleibt unser Spart, ja? Wobei in 4,5 Milliarden Jahren, wenn dann unsere Sonne in roter Riese ist, ich weiß nicht, ob das dann noch irgendjemanden interessiert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Menschheit dann noch existiert. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, wir haben hier eben dann diese Größenvergleiche, Gliese 710, das heißt also, das ist jetzt kein riesen, 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 riesengroßer Stern, der uns hier besuchen wird und es gab ja auch im Vorfeld oder des Öfteren schon solche Begegnungen. Die Frage ist jetzt, ob man anhand solcher Begegnungen, jetzt zum Beispiel von Sternen mit unserem Sonnensystem, Ableitungen durchführen kann, bezüglich von Einschlagswahrscheinlichkeit von Objekten. Gibt es Häufungen von Einschlägen? Auch Kometen, das muss man unterscheiden, Asteroiden und Kometen, denn die Ortsche Wolke dürfte hauptsächlich von riesengroßen Eisbrocken bevölkert sein. Also hauptsächlich Wasseranteil, Staub, keine massiven Eisen oder Nickel-Asteroiden, sondern eher so in dem Bereich Eis, also viel Wasseranteil und gibt es eben dann diese Zyklen, wo man nachweisen könnte, dass eine Sternenbegegnung zum Beispiel zu mehr Einschlägen auf der Erde führt. Das wäre jetzt was, das können wir untersuchen auf der Erde, im Sonnensystem auch ein bisschen, aber genau diese Abläufe, die sind es eben dann, die wir da momentan untersuchen und wo wir natürlich dann auch zum Beispiel sagen können, okay, in 1,3 Millionen Jahren wird ein Stern uns sehr nahe kommen mit drei Lichtwochen. Das ist also nicht viel. Werden wir sehen? Also, naja gut, wir werden es nicht mehr sehen, aber vielleicht unsere Nachkommen werden dann irgendwann mal sehen, wie das denn dann so aussieht, wenn ein Stern unserem Sonnensystem sehr nahe kommt. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.